der teil kann man doch verschieben warum kann ich das nicht geht doch ja ja so kleine zelda fehl zum und denkt das geht nicht und dann gibt es doch übrigens ich habe jetzt in 3ds habe ich schon mal gesagt nicht funktioniert immer noch nicht und ich werde jetzt denke ich mal einschicken und weder kostet gelten da wäre so scheiße also ist klar das geld kosten wird aber weder kostet viel geld weil der typ bei dem ich das gekauft hat hat gesagt da funktioniert alles perfekt ja ja ich mal gucken welche ich mache wenn das jetzt irgendwie noch mal 100 euro kostet oder zu reparieren dann wäre das extrem scheiße zum mache ich mir glaube ich eigentlich nicht leisten kann hallo hallo ach ja gut die diese häuser so aufgebaut 100 mal extrem einfach einbrechen kann eigentlich doch mal könnt ihr durch aber ok hey hab ich dumme wo bist du bist denn jetzt in gebacht so ja genau so war das gar nicht ich habe zuerst das klas kaputt machen und dann noch mal da reingestimmt natürlich gar nicht so sein sollte okay Was ist das? Oh Gott. Da habe ich jetzt irgendwie Glück gehabt, dass ich das direkt gefunden habe. Eigentlich hätte ich gedacht, ich muss ja jetzt wieder 10 Stunden lang suchen. War das schon mit dem Haus hier? Echt jetzt? Das war aber einfach. Ach, jetzt kann ich da hoch. Was ist das easy? Dafür war ich früher zu dumm. Ich bin behindert. Dauert zwar immer saulang und ist irgendwie auch irgendwie, irgendwie auch irgendwie, genau, extrem langweilig. Aber naja. Ich gehe da noch mal hier runter. Ah, cool. Komm mal hier hoch. Oh, das war einfach. Okay, war doch nicht einfach. Warum musstest du jetzt unbedingt da rein, du Spackofie? Ma. Ich kriege gleich zu viel. Geht doch. Vor allem, ich bin gerade schon, glaube ich, drüber gerannt eigentlich. Okay, das war ein bisschen unrealistisch. Warum sollte auf einmal so viel Geld von der Decke kommen? Da muss ich wohl wieder was anzünden. Hallo, kannst du bitte... Ah. Yeah, ich bin ein Superwolf. Ähm. Verdammt. Was? Was soll das? Ich habe echt keine Lust, hier mit hier zusammen vor die Hunde zu gehen. Hahaha. Das ist ja nicht kein Sinn. Oh Gott. Ja, die Teile da sterben jetzt vermutlich und das ganze Haus explodiert. Kann sein, dass das Bombenhaus war. Okay, eigentlich wollte ich ja... Äh, das Dorf hier retten. Aber okay. Puh, kannst du aufpassen? Hm, genau, hat die gesagt. Für dieses strahlend hat man das Haus... Hat ein Haus in die Luft gehen müssen. Ja, danke schön. Aber drei Stück? Hat ich gelohnt. Hallo? Ah. Also ich finde, hat ich gelohnt. Immer wieder gern. Ich soll damit aufhören, dass das ganz schön dumm. Oh Gott. Machen die so Blähgeräusche oder... Warum kommt da immer so ein dummer Sound? Ich bin mir nie angeflogen, komm. Egal, ob wir ignorieren. Wer wohnt denn hier? Ich bin mir viel zu anstrengend. Tschüss. Zeit hält an. Okay, bis jetzt waren aber echt alle einfach zu finden. Ja, genau. Landt einfach auf mir. Jetzt kommen wir weiter. Na gut, so wie es jetzt aussieht, kommen wir wieder weiter. Wo soll das denn sein? Da. So schwer war das denn jetzt doch nicht. Habe ich alle? Ne, fehlen noch welche. Warum fehlen noch welche? Ich habe doch alle im Dorf. Bro, was denn jetzt schon wieder? Wo sind denn jetzt noch welche? An einer anderen Map oder wie? Oh, wie süß die Büsche wackeln. Ich denke mal, ich muss jetzt hier weitergehen. Ist das hoch? Ne, komm. Ah ja, okay. Das können Wölfe natürlich. Merkwisschen, liebe Kinder. Die bekommen von gar keinen Fallschaden. Und die Fallschaden bei Zelda ist sowieso geil. Ich springe aus unendlicher Höhe, roll dich ab und nichts passiert hier. Wie im echten Leben. Stell dich mal vor, irgendwer denkt da dann wirklich. Und dann macht ihr das und dann springt ihr von so einem Hoch raus, rollt sich ab und dem passiert einfach nichts. Genau. Hier hört die Straße wohl auf, aber wenn du weiter willst, zeige ich dir den Weg. Okay. Ich muss bestimmt hier hoch, ne? Ahaha, lol. Shit. Nein. Okay, geht. Oh Gott, ich wollte dich gar nicht angreifen. Mann, wieso muss ich hier bloß Wache schieben? Schließlich haben sie die Leiter gekappt. Da kommt mir doch sowieso kein Mensch hoch. Ich bin eigentlich auch kein richtiger Mensch, aber egal. Und überhaupt, wenn die Ältesten ein Problem haben, sollen sie sich doch ruhig von Menschen helfen lassen. Wieso eigentlich nicht? Gott. Jetzt komme ich hier noch in so derbe Politik rein, ey. Habe ich ja gar keine Lust auf. Oh. 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 Ein paar Gegner, die einem über den Weg laufen. Sind das eigentlich Fledermäuse oder was denn da? Ich glaube schon, ne? Tschüss. Tschüss. Ich frag mich nur gerade, wie ich als Mensch da hochkommen soll. Ach ja, stimmt. Hier waren so Dampfkack-Dinger irgendwo. Da ist einer. Da ist einer. Oh. Hä? Ach so. Ich dachte, ich musste ihn jetzt in so ein Dampf-Ding rein drängen. Aber das war wohl nicht der Fall. Damit er irgendwie da rausgeschossen kommt, aber... Oh Gott, war da knapp. Einfach wühlen ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gib mir das. Dankeschön. Okay, die anderen beiden sind da hinten irgendwo. Oh nein. Oben, Mitte, unten. Oben, Mitte, unten. Oben, Mitte, unten. Oben, Mitte, unten. Oben. Oben, Mitte. Hä? Ach so, jetzt muss ich erst starten. Die Scheiße. Oben, Mitte, unten. 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 Hä? Oben, Mitte, unten. Oben, Mitte, Unten. Oben, Mitte, Unten. Ah, geht doch! Ich hab das schon mal früher nie hingekriegt. Oh Gott, ich bin so dumm. Was ist denn jetzt los? Was ist los? Das ist wieder der Link aus Ocarina of Time. Oben, Mitte, Unten. Oben, Mitte, Unten. Oh, so einfach ist das, liebe Kindes. Jetzt geht's ab. Die Welt hier sieht gerade ultra geil aus. Ah, wie süß! Schon musikalisch begabte Tiere, ne? Geil! Und jetzt? Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Oh geil! Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Okay. Wiii! Selbstmord! War cool, wie die Welt da ausgesehen hat. Voll geil irgendwie. Wald und Lava und Schloss. Oh Gott. Ah! Okay, dankeschön für die Info. Wieso ist das jetzt da unten, ey? Oh Gott, das ist Dampf. Macht ja gar keinen Schaden. Cool. Ach, hier, da kann man durch. Ja, das habe ich nicht gesehen. Schnell. Oh, klar, knapp. Boah, wer das nervig ist, bevor ihr wohnt, ihr müsst immer so aufpassen, da die mit gegen so Dampf rennen, so wie ich gerade. Wiii! Wiii! Oh, ich wäre fast alle Etagen runtergejumpt. Da wäre cool gewesen. Jetzt bin ich an dem Goronen-Dings, ne? Ich hab schon. Feuerberg. Ja, fast dasselbe. Aber ich glaube, hier wohnen die Goronen. Ja, ich glaube schon. Da sind jetzt keine Goronen, aber vielleicht waren nochmal die Goronen und ich töte sie jetzt. Ist ja ganz nett eigentlich, ne? Ganz nett, die Vorstellung, so. Ach, hier kann ich noch mal hin. Warte mal, man kann die Teile hier auch einfach so töten, ne? Man muss die nicht alle gleichzeitig töten. Man muss nur zwei am Ende gleichzeitig töten. So wie ich das jetzt verstanden habe. Ist da halt noch einer? Ist ja wie dumm. Was macht der denn da? Wo wohnst du denn? So, jetzt sind die beiden tot. Also muss ich hier die beiden irgendwie töten. Ja, hat geklappt, weil eigentlich darf ja nicht nur einer übrig bleiben. Weil einer üblich bleibt, der alle wieder. Glaube ich zumindest. Kann man hier einfach alle einzeln töten kann. Aber ich mach jetzt lieber so. Ist nochmal sicher. Ich hab immer noch kein Leben verloren. Komm hier hoch? Nö. Ist ja nur ein Wolf. Hier kann eine Tod klettern. Rollen. Rollen? Ach, da oben. Ah. Ist ja wie dumm. Ja. Ist jetzt die Frage, wie komm ich da hoch? Wahrscheinlich wieder hier auf das Podest rennen. Und dann miteinander hochjumpen. Ha 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 ha. Nein, erst nur ich da da. Danke. Ha 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 ha. Schnell, schnell, schnell. Wo war das genau? Das ist ein Grund. Was? Geht ab? Warum muss ich eigentlich ausgerechnet hier Wache schieben? Saggasse, ö ö ö ö. Das sagt dir jeder. Gott, das ist ja gefährlich, wenn ich hier falle, fliege ich runter. Warum muss auf einmal Lava vom Himmel anfallen? Ach, hier kann man bestimmt hoch. Ah ja, okay. Das passiert mir auch immer. Hier vibriert gerade alles in meinen Händen. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Hä? Das Skill einfach. Geh doch mal nach Hause. Bah! Boah ey. Was bist du überhaupt für'n Scheißvieh? Warum trompetest du hier einen? Schnell, 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 schnell. Wow. Das war ultra riskant. Okay, ich war eben zu dumm dafür. Wo auch immer. Aber naja, ne. Ich helfe mir weiter. Was willst du? Zeit hält an. Oh man, hier ist schon wieder ein Geysir entstanden. Oh ne. Jetzt ist da kein Durchkommen mehr. Ja. Hört der nicht auf? Irgendwann. Scheiß Vulkan ey. Was ist das? Boah, geh nach Hause. Ja, mach erst mal Backflips als World of Comete. Oh Gott nein. Hä? Ey, was das denn einfach für scheiß Tiere sind. Pfff. Waaah. Genau platzt doch mein Maul ab. Ey, jetzt kann ich wieder hin. Warum hab ich auf einmal so viel Leben verloren? Eben hab ich... Och. Wo bin ich? Hä? Ach so. Mir kommt das nur so verwirrend vor, weil ich... Ähm. Nix gesehen hab, als ich hochgegangen bin. Da hab ich auch gedacht, hä, wo bin ich jetzt auf einmal? Das war aber auch schon wieder so typisch, dass auf einmal spontan ein Komete in meiner Fresse einsteckt, wenn ich da hänge. So. Ja, ich hab's überlebt. Jetzt darf ich mich nur nicht hochziehen, bevor der Rauch weg ist. Aber ein Kometen steckt mir in der Fresse ein. Soll ich mich verarschen? Äh? 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 Also wenn ich hier stehe, ist der Rauch weg. Und wenn ich hingehe, ist der Rauch wieder da. Äh? Nein. Geheimgang. 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 Irgendwie ist das auch nicht geheim, ist einfach nur behindert. Kannst aber hoffen nichts überschlagen. Ich komm jetzt da durch? Hallo. Warte mal. Dieses Fieber, die suche es hier irgendwo kann sein. Oh, toll. Da muss ich gar nicht hin. Geht schon wieder die Welt unter oder was? Yeah, geschafft. Werde ich jetzt dahinter repeliert? Bitte, 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 bitte. Die schlagen gerade Kometen ein. Mach hin, ne? Ach, Gott sei Dank. Hab ich's geschafft. Och, Gott sei Dank, ey. Du hast den Tegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Gott sei Dank. Bin ich wieder ein Mensch? Und ich bin mal gespannt, was er für ein Vieh ist. Yeah. Habe ich nicht gesagt, ich will auf keinen Fall, dass als nächstes Gebiet ein Wüstengebiet kommt? Dabei fing die Sache gerade an mir Spaß zu machen. Vergiss mir bloß nicht auch den Schattenkristall finden zu müssen. Hä? Das war kein Satz. Dass wir den finden müssen, hat er gestanden. Wie? Okay. Was ist das für ein Tier? Ich sagte, das ist ein Schaf oder sowas in der Art. Das letzte Mal war ein Affe. Obwohl, ne, so ein Schaf-Ziegenbockvieh kam ja schon mal, ne? Was könnte das denn dann sein? So, das ist ein Vogel. Schmetterling. Schmetterling. Vogel. Vogel. Schmetterling. Vogel. Vogel. Trache. Hubschrauber. Dann ist satt. Vielen Dank.